Esse ich den schärfsten Chip der Welt. Für euch, Freunde! Was geht ab, ihr Nachtfüchse? Freunde, willkommen zurück zu einem brandheißen neuen Video. Wir ziehen uns jetzt eine Versuche-Dich-Nicht-Zu-Erschrecken-Challenge rein. Und ich meine jetzt nicht dieses wirklich so Schreien-Erschrecken, sondern ich meine wirklich jede Reaktion, die so ein bisschen so Uh, Ah oder Oh. Wisst ihr, also irgendwie so, wenn ihr einen Ton von euch gebt, dann habt ihr die Challenge verloren. Wir schauen uns dabei den TikTok-Kanal von LightsAreOff an und der hat schon echt gruselige Videos. Also da sind manchmal schon so Videos dabei, wo man denkt so Uh. Weil dieses Ah, dieses wirkliche Erschrecken, das habe ich zurzeit nur bei Five Night at Freddy's. Das zocke ich gerade auf meinem zweiten Kanal. Das könnt ihr direkt mal abchecken. Da schreie ich wirklich rum. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall, ich versuche jetzt wirklich, mich nicht, gar nicht zu erschrecken. Richtig cool zu bleiben. Und wenn ich verliere, wenn ich verliere, esse ich den schärfsten Chip der Welt. Da sind sogar Handschuhe dabei. Und da steht dran, ja nicht diesen Chip ohne Handschuhe anzufassen. Also die übertreiben komplett. Das Ding ist, ich mag scharfes Essen und ich mag Chips. Ich denke, ich kriege das locker hin, das Ding zu essen, falls ich mich erschrecken sollte. Sobald ich einen Ton von mir gebe, habe ich verloren. Deswegen habe ich drei Leben. Ich habe drei Leben, Freunde, damit ich nicht komplett direkt, ich wüsste schon. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich nicht. Wir haben uns den Kanal schon mal angeguckt und wir waren, glaube ich, bis hier oder so, haben wir geguckt, dann haben wir aufgehört. Wir machen einfach genau hier weiter und es geht los. Und ich habe Angst. Nope. Alles cool bis jetzt. Ist jetzt alles gut. Ich meine, solche Viecher, meine Nachbarn sehen so aus. Also das ist jetzt nichts, wo ich... Nee, alles gut. Alles gut, Leute. Auch alles gut. Das Ding ist riesig. Ist das nicht dasselbe Viech? Wie gesagt, meine Nachbarn. Das könnte wirklich mein Nachbar sein. Langweilig. Das finde ich eher gesagt cool. Also eher cool als gruselig. Nein. Nicht heute. Ich, der sui verstanden hat. Nein, Freunde, das war eher lustig. Ich glaube, das Video haben wir schon mal gesehen. Oder? Oh. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Mann. Nur weil ich O gemacht habe. Zählt das? Wisst ihr was? Wir sind Ehrenmänner. Dieses O zählt. Dieses O zählt. Ein Leben weg. Scheiß drauf. Dieses O zählt. Ist da gar nichts mehr. Ist das Ronald McDonald? Das ist Ronald. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich war kurz davor, O wieder zu sagen. Wegen dem Ronald da hinten. Der riesige. Der hier. Der hier. Der hier. Ich war kurz davor, O zu sagen. Aber ich habe es nicht gesagt. Seht ihr? Das ist ja riesig gewesen. Ich meine, genau das meine ich. Genau das meine ich. Das wäre so ein O-Moment. Da ist schon O. War schon O. Aber war kein O. Ein paar Bäume im Wald. Sie sehen wunderschön aus. Finde ich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall die Bäume. Den finde ich auch sehr, sehr süß. Na ganz kurz davor. Ich war wirklich kurz davor. Was ist das? Ist das eine Robbe? Eine süße Robbe. Vor allem dieser Effekt, wie er wirklich so, wie sich die Haut bewegt hat. Es sah irgendwie eklig aus. Freunde, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ekelte Ausdruck. Ja, okay, Leute. Ihr könnt doch wegen diesem kleinen O. Diesen kleinen O. Das zählt nicht. Wisst ihr was? Das zählt nicht. Wisst ihr? Weil wir haben gesagt, bei einem Ton. Und das war ein halber Ton. Weiter. Das zählt nicht, Leute. Muss doch ein bisschen fair sein. Am Ende sah er aus wie die Sonne von Super Mario Brothers. Das kenne ich. Das kenne ich, glaube ich. Das kenne ich. Das war nicht schlecht. Nein, das kenne ich doch nicht. Oh mein Gott. Was zählt denn jetzt? Oh mein Gott. Darf ich aber sagen, oder? Das war wieder kurz davor. Kurz vor O. Hashtag O. Alles gut. Nee. Er ist hinter mir. Er muss einfach schnell genug rennen. What the? Das ist geil gemacht. Das ist richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Die ganzen Platten da. Die gehen ab. Oh mein. Okay. Das ist schon geil. Das war schon nicht schlecht, Leute. Oh. Findet Nemo. Oh. Findet Nemo. Geht's nicht gut. Der hat wahrscheinlich eine Seekrankheit. Die ganzen Nemo. Ist ganz schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das war immer noch kein O. Hallo, mein Freund. Das geht klar. Tschüssi. Was sind denn das für Viecher? Oh Gott. Findet Nemo. Einfach so ein Kopf. Die laufen mit Kopf rum. Aber ohne Arme. Oh shit. Oh. Warum habe ich jetzt hier einen Ton gemacht? Irgendwas hat mich erschrocken an dem Clip. Irgendwas war komisch. Ich glaube, dass das Ding umgekippt ist am Ende. Okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ein Leben noch. Ich zieh durch. Aber wie viele sollen wir uns reinziehen? Wir machen es so. Die nächsten sieben Clips entscheiden. Hallo. Oh Gott. Stell dir vor, ihr seid irgendwie duschen. Und dann bewegt sich plötzlich die Tür. Und ich höre Schritte. Da ist irgendwas. Oh Gott. Das ist Kermit. Das ist Kermit, der Frosch, der einfach abschillt. Nee, den hatten wir auch schon. Hatten wir den nicht schon? Den hatten wir doch schon, oder nicht? Die singen Weihnacht. Habe ich gerade wirklich verkackt. Wer macht Geräusche bei so einem Clip? Aber wisst ihr was, Freunde? Wettschulden sind Ehrenschulden. Scheiß drauf. Was ist, wenn ich mich übergeben muss? Kann man sich übergeben vor Schärfe? Hier steht einfach mal nur Rib drauf. Und hier sind Handschuhe. Nein, oder? Man kann ja nicht mal richtig riechen. Okay. Wie soll ich den essen? Ist der verschimmelt, oder ist der einfach... Okay, was passiert, wenn jetzt wirklich, wenn der Hautkontakt bekommt? So. Oh mein Gott. Soll ich kurz was zu trinken holen? Okay. Okay, Jun. Du schaffst das. Du packst das. Du liebst scharfe Instant-Nudeln? Dann wirst du das locker packen. Für euch, Freunde. Mmh. Voll lecker. Geht voll klar. Oh nein. Okay, jetzt geht's los. Oh, ist der nasty. Okay. Ich bin gerade real, okay? Geht eigentlich. Ich schwör's euch. Geht eigentlich. Jetzt kommt's. Jetzt. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Oh mein Gott, der kam so spät. Mmh. Voll lecker. Ich liebe scharfes Essen, wirklich. Wirklich. Und ich dachte, ich packe das locker. Weil ich esse sehr viel scharf. Aber was macht die Klopapierrolle hier? Es ist wirklich so scharf. Für die Aktion. Was für ein Like. Like ist das Mindeste. 50 Euro für den Scheiß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.